Gingaberloch Ja, 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 ich weiß, ich weiß, das kennen wir schon zur Genüse, gute Frage, ob es jetzt besser aussieht, also es könnte anfangs noch ein bisschen ruckeln, aber es wird sich im Laufe des Spiels beheben, oh, ich liebe dieses Game, ne, oh, so, auf geht's, Auf jeden Fall schon mal Häuser hier Uh, aber die FPS gehen ohne ane Hmm, gucken wir erstmal, wie sich das im Laufe des Spiels noch aus Oder entwickelt besser gesagt, oh, jetzt habe ich den Schlafsack verfehlt hier So, Steine könnten wir brauchen Machen wir die Steinachs schnell fertig, Eggart, Nabend, was dir? Schön, dass du reinschaust, schönen Abend Rauschen wir nochmal aus Ach komm Geht hier immer noch rum Kein einziges Nest, okay Erstmal ein bisschen Holz, ne? Oh, guck mal da, noch mehr Fleisch Der Hell, auch dir einen wunderschönen guten Abend Herzlich willkommen Oh, komm, gib uns Honig Wie geht's auch gut, Eggart? Alles gut soweit Ich hatte heute auf kein anderes Spiel Lust Ich wollte einfach wieder Seven Days spielen Deswegen sind wir wieder bei Seven Days Aber glaube ich, mit der neuen Alpha ist halt echt lecker Na, aber ich muss gleich mal was kurz an den Grafikeinstellungen machen 30 FPS im Stream ist scheiße So Wir gehen nur mal auf Ultra Macht sich, glaube ich, nicht so stark bemerkbar Aber sobald ich eine neue Grafikkarte habe, machen wir wieder Ultra Plus, ne? Also So Pflanzen, Hemd, Pflanzen, Faser, Hose Ja, dann mit Jetzt haben wir durchgängig 60 FPS im Stream Schmerzen wird schon mal gut Jetzt den Bogen Nimm den Stein Ne Jetzt brauchen wir den Knüppel, ne? Einfach Knüppel ist immer so ein bisschen ätzend Winston, auch dir herzlich willkommen Mir geht's gut Schaut's bei dir, Winston So Äh So Äh So Und zwei Pfeile dazu Schon öfters gespielt? Also Hä? Ja, leere Dose Danke Danke Schau mal hier Blei So ein paar Nester, das wäre nicht schlecht, ne? Da nehmen wir auch mit Das ist aber irgendwo ein Dach, wo ich mich schon drauf verkriechen könnte Alles Bestens, das hört man gerne, Winston Gibt's ein neues bei dir? Lang nicht gehört. Lesen. Ja. Ein Nickel. Also die Alpha 19 hat mich total geflasht. Wir haben sie ja am Montag zusammen mit dem Tobi mit dem Tobiasu angespielt. Das wollte ich sagen. Und ich bin hin und weg von der Alpha. Ja, ja, ist ja gut. Ich steu nicht mehr. Nur looten. Ich bin zwei Fehler. Gibt noch ein Mist gefunden vorher. Aber guck mal, hier ist schon wieder ein Trat, Mann. Und so weiter geht es sind gleich die Taschen voll. Das läuft so geil, ne? Flüssig. Ich nehme schon mal ein bisschen Baumwolle mit. Na, nehm den Stein. Ist gerade angefangen. Sehr gut. Ich spiele Vanilla Winston, ja. Ähm... Es ist die neue Alpha 19. Die ist erst seit Montag draußen. Dafür existiert, glaube ich, noch kein Mod. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Kann mich jetzt natürlich auch täuschen. Nehm. Aber die werden nach und nach auch geupdated. Was wollen wir noch nicht? Alter. Geht doch. Knochen drin. Sehr gut. Da ist wer schöner gewesen. Das Arbeiten wie Multimedia hat den Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist kacke. So viele Internetprobleme momentan, ne? Also habe ich auch. Also, ne? Zumeist was ich sehr glücklich schätze erst nach dem Stream. So komplett Abbruch oder so. Upsach. Das wollte ich nicht. Da hinten ist die Farm schon mal sehr gut. Keine Lister hier. Ach da. Ach so, ja. Ne, ich meine die generellen Mods, die das Spiel komplett verändern. Also, ähm, sowas wie Exodus Extreme. Die sind ja erstmal nur für die Alpha 18 ausgelegt. Der meist immer so beim Alpha Sprung hat da immer die Wartezeit bei den großen Mods. Alter, die FPS gehen schon wieder ohne. Ist ja eklig. Nessi, herzlich willkommen. Schönen guten Abend, wie geht's dir? Also, dieses Haken statt mir zwischendurch hätte ich wahrscheinlich an der Mapgröße, ne? Erst looten. War nichts looten. Das ist ein bisschen träge, ne? naja, da war ja nix. So, ein Flachdach wäre geil. Oder Nester. Boah, was ist los, Nessi? Das sieht ja gar nicht gut an. Mir geht's soweit ganz gut eigentlich. Arbeit war heute lang. Aber so, haben wir überlebt. Uuuuuh, Reparaturkits. ein Motor. Jetzt bin ich aber schon überladen, ja? So, nötig wäre nicht schlecht, ne? Da vielleicht finden wir hier irgendwie einen Laden. Die Häuser sehen auch so lecker aus, ne? Oh nein, nicht schon wieder der Zahn, ey. Ist doch eklig. immer dann, wenn man es nicht braucht, ne? Oh, ich finde, also Winston, ich finde die Alpha 19 ziemlich geil. Ich habe nicht umsonst schon einigen gesagt, das ist der beste Alpha Sprung, den ich bisher gesehen habe. Auch wenn es gerade jetzt mein Stream runterzieht und ich weiß nicht warum. Bei dem Monter lief noch alles reibungslos. Oh, ein Nest. Ach so, ich muss erst mal Stoffhitzen rausmachen, ne? Oh. Na gut, das wird ein bisschen dauern. Wir suchen uns eine Barhausung. Die haben die Lootenflall noch ein bisschen nebenbei. Ein komplett neues Grafik-Update, verschiedene Verbesserungen, was das Skillen angeht. Neue Waffen, neue Skins, also die Zombies und die Menschen sehen jetzt komplett anders aus. Performance-Upgrade, also das Spiel läuft sehr flüssig und noch ganz viele Bugfixes und Erleichterungen. Erleichterungen sind damit gemeint, wenn man jetzt auf Schatzsuche ist, kriegt man den Radius angezeigt, wo der Schatz liegen könnte. Und die Zombies können jetzt auch schwimmen. Bleib liegen. Ich habe ja ins Klo gegriffen, ne? Aber ich glaube, hell, du wirst auf jeden Fall Spaß haben mit dem Game. Ich habe mir mal... Wann war das? Vorgestern habe ich mir noch ein altes Video angeguckt, weil ich einfach nur mal wissen wollte, wie es noch mal in der Alpha 11 damals aussah. Boah, das ist eine tierische Aufwertung. Also wenn ihr mal Lust habt, guckt euch mal sieben, lest du da Alpha 11 an. Au! Irgendwann ich mir in der Nase gekratzt habe. Zehn Lebenspunkte abgezogen, und wie gesagt, sobald wir die neue Grafikkarte drin haben, sieht das hier noch, noch leckerer aus. Ja, ich habe keine Ahnung. Da bin ich ungern gerne drauf. Sollen wir jetzt mal eben unsere Aufgaben fertig machen. Das ist so ein Flachdach da, oder? Ja, mach vor uns. Da gehen wir hin. Ja, auf jeden Fall Winston. Also die Grafik ist echt das leckerste von dem Game. Und auch der Performance Upgrade, ne? Also ihr müsst euch ja mal vorstellen, es sieht besser aus, und es läuft auch mal besser. Also, es ist schon mal beides ziemlich geil. Und Kreuna, danke für deine Abo-Verlängerung auf zwei Monate, man. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. ist es dir. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, Nessi. Ich hoffe, das kriegst du ganz schnell wieder hingebogen mit dem Zahn. Zähne ist immer eklig, ne? Alles an Schmerzen rund um den Kopf. Alter, jetzt bin ich aber gar nicht hier voll, ne? Ähm, mein Knochenmesser können wir schon mal machen. Heilmonie. Immer mehr Rahmen bauen sollen, Mann. So. Mir geht's auch gut, Kreuna. Alles gut soweit. Und ich weiß, wir haben schon Seven Days am Montag gespielt, aber ich hatte noch so einen Bock weiterzumachen. Und ich wollte nicht die Map, die ich mit Tobi begonnen habe, weitermachen. Weil wenn, spielen wir das zusammen. Im Grunde habe ich meinen Einzelspieler mit neu gestartet. Ihr bleibt da unten. Aber ich habe gleich Spaß hier oben. Oh. den nehmen wir schon mal hier hin. Ich hacken wir mal eben weg. Um da aufzuhacken. das Wasser nehmen wir mal mit. Und das Wasser nehmen wir mal mit. Aber ich finde immer das neue anvisieren, ne? Na, drehe ich doch nicht so um, du Affe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. wo auch voll daneben da wird sagen unser erster lud danke ach die können gar nicht hier hochkommen ok wo uns gleich mal an was da und noch abgeht sehr gut anlegen ja mehr anlegen kann ich auch nicht schon mal die runtersetzen weil ich den vorschlag kann man nämlich eigentlich zum kämpfen auch litty herzlich willkommen schönen und nabend zelitti will ich nicht noch auf drogen ach ja ich hoffe da kriegt die Nessie ganz schnell weg schön ist das nicht und wir können immer mithelfen offen offen oh nein ich auf zwei okay 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 sache 10 ist echt viel sache 10 ist echt viel Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist erstmal unsere erste Notfallbehausung hier oben drauf auf Sui Saloon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017